Das ist eine Herausforderung hinter mich. Oh, wenn ihr hier scheitert, findet ihr eure drei Fans so im Polsch ab. Sie haben einen von uns getötet, Bruce. Dafür bringe ich Sie vor ein Militärtribunal. Falls Sie nicht auf der anderen Seite gestorben sind, werden wir Sie weitersuchen. Du hast einen Auftrag. Brainiac soll sich keine Sorgen machen. Ich kümmere mich um den Schild und diese vier Mörder. Lass dich nicht von ihnen produzieren. Verstanden. Kass überfliehen! Nicht mal deine Konditionierung hat gegen Flashs mangelnde Disziplin, Brainiac. Ich habe ihn überschätzt. Nein, Brainiac. Lantern hat seinen... Ich habe...